Das ist kein unnötiges Clickbait, es gibt tatsächlich gerade eine Methode, womit man tatsächlich das Bett einfach zubauen kann, ohne dass es irgendjemand aufbauen kann. Das ist auch gleichzeitig ein Bug-Report und zwar geht das mit dem Befehl Slash-Status. Damit kann ich mir einfach schon mal ein Buch nehmen und mit dem Befehl kann ich mir diese Barriers hier nehmen. Und das Geilste daran ist, an diesen Barriers ist, guckt euch das an, ich hab die jetzt im Inventar, ich werde das jetzt nur auch einmal kurz vorführen, danach werde ich es direkt, wenn wir direkt die Runde lieben, weil es natürlich ziemlich unfair ist sowas, aber trotzdem, guckt euch das mal an, wir können einfach, wir werden auch direkt lieben, das ist also gleichzeitig ein Bug-Report und es ist kein unnötiges Clickbait, das geht sogar in CW-BW und ihr seht einfach so, und das Bett ist jetzt mit Barriers eingebaut und es ist tatsächlich unmöglich abzubauen. Also dieses Bett ist unmöglich abzubauen und das ist gerade ein Bug, der extremst ist, ich meine, what the fuck, euer Bett ist unmöglich abzubauen, ich meine, stellt euch mal vor, man würde sowas in CW-BW machen, zudem, wenn man sich unten exportiert, sieht das so aus, als ob man flyen würde. Ihr seht hier jetzt schon, das ist einfach, das ist einfach, ihr könntet damit quasi jede CW-BW-Runde gewinnen. Denn wir werden das jetzt nicht machen, wir werden die Runde jetzt auch direkt lieben, weil es natürlich unfair ist, wenn wir so gewinnen würden, aber das ist hier schon mal, ist nur ein Bug, ist ein Bug-Report ans GOM-Team, dass sie das bitte unbedingt beheben sollen, weil der Status kann jeder Prim und Plus ändern, oder Mod, Sub, alles, also A Prim und Plus, und das ist halt übelst krass sowas, und ja, ich meine, wir können das Bett tatsächlich, das Bett ist unmöglich abzubauen in dieser Runde, weil man kann Barriers nicht abbauen, selbst im TNT kann man die Barriers nicht abbauen, ist das Ding. Ich glaube, durch eine Sache könnte man das Bett tatsächlich nur abbauen, und das war, das ist eine Rettungsplattform, warte, ich farm die einmal kurz, und versuche schon mal eine Rettungsplattform zu machen. Ich glaube, dadurch sollte das tatsächlich noch möglich sein, dieses Bett dann doch irgendwie zu bekommen, aber das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dieses Bett tatsächlich zu bekommen, und mal Rettungsplattform darauf zu machen. Dann seht ihr hier, ist das Bett jetzt offen, und jetzt könnt ihr das Bett wieder haben. Das ist wirklich die einzige Möglichkeit, dass ihr diesen Bug umgehen könnt, und deswegen ist es jetzt ein Bug-Report, weil es halt einfach unmöglich ist, euer Bett abzubauen. Wir werden die Runde jetzt auch lieben, damit es fair ist, und es gibt übrigens noch ein Bug, das hat einen Schlecht-Status-Befehl, wenn man damit so macht, und wir jetzt hier auf Status, machen wir kurz zu, und wenn wir jetzt hier den Status so machen, auf Status bearbeiten, und kannst du bitte unser Bett in Ruhe lassen, das wäre sehr freundlich. Wenn wir hier auf Status bearbeiten gehen, da können wir tatsächlich, ich bin gerade echt behindert, und zwar können wir da einfach so machen, wenn ich jetzt auf Sign drücke, wir werden auf die Runde deswegen verlassen, weil ich das natürlich unfair gegenüber denen finde, ähm, das finde ich natürlich unfair gegenüber denen, deswegen werde ich jetzt einfach hier auf Sign drücken, und dann auf hier irgendwas reinschreiben, wenn man dann Sign und Close gibt, macht das kann man zum Beispiel, das Buch kann man einfach jeden geben, dann seht ihr jetzt hier, wird man einfach auf der Runde gekriegt, in Weilenburg-Data, und das ist tatsächlich der übelste OP-Bag gerade, man könnte damit jede CW-BW-Runde gewinnen, und das ist halt einfach wirklich des Todes krank, deswegen, äh, unbedingt, dass dieser Bug hier behoben wird, das ist also auch ein Bug-Report, ich werde ihn auch direkt ans Comic-Team schicken, äh, und ja, das ist halt einfach, man kann nicht mehr verlieren, außer mit einer Rechtsplattform, aber wenn man das komplett zubauen würde, und das ist halt einfach das Ding, man könnte quasi auch einfach ihren Spawner einbauen, oder sowas, und du hast quasi unendlich Barriers, und das ist natürlich schon viel zu OP.